Schönen guten Tag, mein Name ist Matthias Strasser. Wir sind heute hier zu Gast bei unserem Händler in Italien, Amario Fontana. Und heute möchte ich Ihnen unsere neue Waffe Strasser Tech 1 präsentieren. Diese Waffe ist gebaut für weite Entfernungen, für taktisches und sportliches Schießen. Ist ein Geradezugrepetierer mit zwei Sicherungen. Einmal die Hauptsicherung und eine zweite Sicherung beim Abzug. Schießen, gerade repetieren, schließen und wieder schießen. Diese Waffe ist heute ausgerüstet mit einer Optik der Firma Nightforce. Und nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese Waffe zerlegen können. Zuerst entfernen Sie die Optik. Sie haben ein Reserve-Magazin und ein Haupt-Magazin. Mit dem Universalwerkzeug können Sie diese Waffe zerlegen. Zuerst geben Sie den Verschluss rückwärts. Nun verwenden Sie dieses Werkzeug. Mit einer leichten Handbewegung und Drehung entfernen Sie nun den Lauf. Ich klappe das Beipod ein. Lege nun die Waffe hin. Jetzt fixiere ich sie. Und mit einem Knopfdruck kann ich den Henkel ausfahren. Verschluss in die rückwärtige Position. Schließen. Mit meinem Werkzeug kann ich auch die neue Abzugskalantur herausnehmen. Reindrücken und den Abzug herausnehmen. Diesen Abzug kann ich einstellen. Hier und hier. Diese zwei Positionen für das Gewicht. und ich kann die Position für den Abzug noch variieren. Hier befindet sich die zweite Sicherung. Sehr praktisch. Direkt in der Position des Schützen. Wenn der Lauf heiß geschossen ist, kann ich diese Öffnungen einfach öffnen und schließen. Und mit unserem eigenen erfundenen Flimmerband kann ich die Hitze zwischen Lauf und Optik minimieren. Dieses Flimmerband kann ich übrigens auch wieder abnehmen. Und in der Waffe sicher verstauen. Und mit meinem Universalwerkzeug einfach wieder herausnehmen. Das ist die neue Strassatec 1. Ein sehr innovatives und neues Gewehr. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.